Behind XXXLutz. Wir rocken die Küche. Schätzt einmal, wie viele Küchen plant XXXLutz jedes Jahr? Es sind unglaubliche 25.000. Man kann also sagen, es ist ganz schön viel Know-how im Haus für alle, die von einer neuen Küche träumen. Und einer derjenigen, dem das Küchenplanen im Blut liegt, ist jetzt bei mir. Das ist der Dietmar Hasenöhrl. Sie sind Gebietsverkaufsleiter bei XXXLutz und auch stellvertretender Unternehmenssprecher, aber vor allem jetzt eben unser Küchenexperte. In diesem Modcast reden wir jetzt über Ihre Leidenschaft fürs Kochen, genauso wie wir Schritt für Schritt eine Küche planen und dabei schauen, was sind denn so die häufigsten Fehler, die wir tunlichst vermeiden sollten. Welche Trends gibt es gerade? Wir beantworten die am häufigsten gestellten Fragen von Kundinnen und Kunden. Wir nehmen Ängste und wir haben natürlich auch bergeweise gute Tipps und vielleicht auch die eine oder andere Idee, an die man im ersten Moment gar nicht so denkt beim Küchenplanen. Es geht los, wir rocken die Küche. Dietmar, bevor wir über die Küchen für andere reden, reden wir noch schnell über unsere eigenen. Ich habe eine ganz klassische Weise. Und Sie? Ja, Design trifft Natur. Ich habe eine Massivholzküche aus Eiche von Team 7 mit Steinarbeitsplatte, einer Kochinsel und Barthekentisch. Daraus stehen allerlei Gewürze und frische Kräuter. Wer kocht denn bei Ihnen zu Hause? Ich koche viel, meine Frau kocht viel, aber wir laden auch viele Freunde und Bekannte ein und machen also so kreative Kochabende, wo auch ein gutes Glas Wein nicht fehlen darf. Lieblingsrezept? Boah, das ändert sich eigentlich permanent. Viel asiatisch. Jetzt habe ich gehört, Team 7 Küche, eine vom Lutz natürlich, oder wie? Natürlich eine vom Lutz, genau. Ist sehr klar. Darf verraten, Sie wohnen in Gmunden am Traunsee. Dort steht diese Traumküche. Sie haben sie sicher auch durchgeplant und sind da Profi. Haben Sie trotzdem Hand aufs Herz auch einen Planungsfehler gemacht, wo Sie gesagt haben, willst du es heute anders machen? Ja, das haben wir gemacht. Aus heutiger Sicht hätten wir mehr Stauraum einplanen sollen. Und ich wollte eigentlich so wirklich allem zur Verfügung stehenden Geräte einplanen. Wollte einen Teppern-Jakke-Grill haben, haben uns dann eigentlich dagegen entschieden. Und heute bereue ich es ein bisschen, weil es natürlich eine tolle Möglichkeit wäre, gerade kreativ zu braten und zu kochen. Das bereue ich ein bisschen, dass wir es gemacht haben. Also Stauraum ist wichtig. Und wenn man schon so einen Traum hat, der ein bisschen unvernünftig ist, kann man das gleich mal sagen, machen? Einfach machen. Man wird es hinterher bereuen, wenn man es nicht gemacht hat. Wer ist denn die coolste Person in Ihrem Leben? Ja, das sind meine Kinder, die mich täglich erden und den Wahnsinn im Leben eigentlich täglich vermitteln. Da verraten Sie sich einmal ein Drei-Mädel-Haus zu Hause. Genau, ja. Genau. Sind die hakelig beim Essen oder dürfen Sie da alles auf den Tisch stellen? Die sind nicht hakelig. Wir waren jetzt gerade in den Herbstferien auch in Wien und haben alle möglichen Street-Food-Lokale besucht, also von vietnamesisch über japanisch, über chinesisch, griechisch und so weiter. Und da haben wir eigentlich von frühen Tagen an die kreative Küche, internationale Küche ein bisschen beigebracht. Also Sie können sich zu Hause austoben beim Kochen, das ist schön. Also Kochen, eine Freizeitbeschäftigung, was gibt es sonst noch? In Gmunden kann man ja viel machen. Ja, nachdem wir seit einigen Jahren im Salzkommagut wohnen, ist natürlich das Genießen der Natur ein ganz wesentliches Hobby. Wir gehen viel am Berg, genießen die See, im Sommer schwimmen, sind also da viel im Salzkommagut unterwegs. Ist das für Sie der schönste Platz auf Erden? Würde ich aktuell sagen, ja. Genießen wir sehr. Was wir jetzt gleich machen werden, ist Best-Practice-Beispiele uns anschauen und gehen dann Schritt für Schritt die optimale Planung von einer Küche durch, damit wir uns alle möglichst viel mitnehmen können. Aber wie wird man Küchenberater? Ist das der Traumjob oder rutscht man da rein? Ja, XXXLutz hat ein eigenes Küchencollege und eine eigene Küchenakademie für die Ausbildung unserer Küchenberater. Das Wichtigste ist eigentlich die Freude am Umgang mit Menschen und ein gewinnendes, naturell Sortiment und Planung. Das lernt man sozusagen nach dem Motto, hire the talent and train their skills. Okay. Aber Sie haben gesagt, das ist etwas, das Sie interessiert? Oder wie ist das bei Ihnen gewesen? Was war da? Ich habe immer schon ein Faible für Essen und Trinken gehabt. Ich komme ursprünglich aus dem Lebensmittelhandel. Ich war dann einige Jahre bei einem Massivholzmöbelhersteller aus Oberösterreich. in der Unternehmensleitung tätig. Und irgendwie die Kombination aus Lebensmittelhandel und Möbelhandel ist da letztendlich XXXLutz geworden. Lutz ist eigentlich das Erfolgsmodell in der Einrichtungsbranche. Unser USP ist ja auch irgendwo erfolgreich zu sein. Und das hat mich fasziniert. Und heute habe ich das Glück, dass ich meine persönliche Passion mit dem Beruf eigentlich vereinen darf. Und ich wahnsinnig gern mit Menschen zu tun habe. Und das kann man im Küchenverkauf sozusagen auch ausleben. Was ist denn das Allerschönste in Ihrem Job, wo Sie jeden Tag sagen, yeah? Naja, jeder Mitarbeiter bringt seine persönlichen Stärken mit und erfüllt eigentlich eine Rolle sehr, sehr selbstständig. Und für das, dass wir so große Unternehmen sind, hat jeder eine sehr große Freiheit, mit der er oder sie einfach seinen Job ausfüllen darf. Also die Selbstbestimmung und die Freude im Umgang mit Menschen, das begeistert mich eigentlich am meisten. Und jetzt haben Sie ja auch mit Kundinnen und Kunden eben zu tun. Was orten Sie? Verlassen die sich sehr auf Ihr Know-how oder kommen die schon mit sehr klaren Vorstellungen? Es gibt beides. Grundsätzlich planen wir pro Jahr ungefähr 25.000 Küchen in ganz Österreich. Okay. Dafür stehen ca. 500 Küchenplaner zur Verfügung. Die sind top ausgebildet und werden laufend geschult. Oberstes Ziel ist die individuelle Traumküche jedes Kunden eigentlich zu verwirklichen. Okay. Aber das ist natürlich schon so, dass Sie das Know-how haben und dann gibt es ja mehrere Gespräche, nehme ich an. Was sind dann so die größten oder die FAQ sozusagen, die Fragen, die immer wieder kommen oder die Befürchtungen, die kommen? Kunden fragen oft, ob ihre Wünsche auch im Raum zu Hause umgesetzt werden können. Hier können wir versichern, dass alles individuell auf die Wünsche jeder Kundin oder jedes Kunden abgestimmt wird. Und da ist auch genau zu dem Preis, den jeder Kunde bereit ist zu zahlen. Okay. Also es geht von bis und Sie können da sehr, sehr viel möglich machen. Wenn jetzt jemand kommt mit etwas, wo Sie wissen, na, das bitte nicht machen, sagen Sie das auch ganz klar oder wie, dass Sie den Kunden quasi von Fehler abhalten? Ja, das machen wir sehr aktiv, sei es im Beratungsgespräch. Wir schicken auch vorab, ich möchte zwei Beispiele beim Küchenplanen dazu sagen, wir schicken vorab ein sogenanntes Vorab-Aufmaß-Team zum Kunden. Das heißt, wir nehmen Naturmaß vorab, bevor eine Küche überhaupt bestellt wird. Das heißt, so können wir garantieren, dass wir schon vorab die richtige Naturmaße eines Wohnraumes haben. Das Zweite, wir haben beim Bestellen also ein Vier-Augen-Prinzip. Das heißt, der Planer ist der, der sozusagen die Planung fertig macht. Und bestellt wird das Ganze in einem Service-Center. Wir nennen das Aufmaßbüro, wo dann die tatsächliche Bestellung sozusagen nochmal überprüft und dann erst losgeschickt wird. Also das haben wir ein Vier-Augen-Prinzip. Stellen wir es einfach auch gleich hin, bevor wir dann zu unserem Best-Practice-Beispiel kommen. Und jetzt haben wir eh schon ein bisschen was gehört, wie es losgeht, aber dass wir es wirklich mal durchgehen. Wie komme ich zu meiner Traumküche sozusagen? Was sind so die häufigsten Fehler, die gemacht werden, die man vermeiden sollte? Naja, jeder Mensch ist individuell und jeder hat seine andere Gewohnheiten und Abläufe. Die Traumküche gelingt dann, wenn genau diese Gewohnheiten und Abläufe in der Planung auch berücksichtigt werden. Also je individueller man auf die Wünsche des Kunden eingeht, desto perfekter wird die Küchenplanung. Okay, aber es gibt so Grundfehler, wo man sagt, die Höhe oder irgendwas, auf das bitte genau schauen? Was immer, was Ration ist, ist beispielsweise die Elektrogeräte, Backofen, Geschirrspücher und so weiter hochzustellen, damit man dann später in der Handhabe des täglichen Gebrauches die Geräte einfach wirklich in einer Komforthöhe auch sozusagen hat. Okay, das haben wir grundsätzlich. Spielen wir es also nochmal durch. Ich schaue in meine alte Küche und sage, nein, das will ich jetzt einfach nicht mehr. Was mache ich dann? Das Erste ist, wie gehe ich das an von Anfang an? Also das Beste ist, Sie gehen in eines unserer Lutz-Küchenstudios und suchen sich einen Berater, der einem sympathisch ist. Das ist schon ganz wichtig, dass man sozusagen der oder die sich auch versteht und bestmöglich auf ihre Wünsche eingeht. Man verbringt da viel Zeit dann miteinander. Man verbringt viel Zeit miteinander. Wir bieten grundsätzlich von klassischen Küchen über Landhausstil bis hin zur puristischen Designküche eine ungeheure Vielfalt in der Formensprache. Das heißt, im Laufe des Prozesses würden wir einmal fixieren, was denn so der eigene Stil ist und wie man denn seine Traumküche für die nächsten 10, 15, 20 Jahre bei sich zu Hause haben möchte. Darf ich einmal nachfragen? Also entweder ich habe überhaupt keinen Plan und komme dann zu euch und geht mir einmal durch die Ausstellung und sagt, das könnte mir prinzipiell gefallen. Oder ich schaue mir das vorab schon an, online zum Beispiel oder so und sage, das wäre was für mich. Ist das einmal der Zugang zu meiner neuen Küche? Genau. Grundsätzlich haben wir also einen ganz großen Teil des Sortiments auch online ausgestellt und kann man sich da über das Material, über die Formen, über die Geräte, über Griffe und so weiter einmal einen Überblick verschaffen. Ja. Und dann kommen die meisten Kunden oder viele Kunden einmal mit einer wagen Idee und konkretisiert wird es dann eben in der Ausstellung. Also wir haben in unseren Küchenausstellungen bis zu 100 Küchen stehen, die also so die gängigsten Planungen eigentlich widerspiegeln. Also dann schauen wir das an und sagt, die Küche, die könnte es sein. Dann setzt man sie hin und? Dann versucht der Berater, sie mal kennenzulernen und fragt, wie viele Menschen wohnen denn im Haushalt, wie sind die Kochgewohnheiten, wie wird die Küche genutzt und so weiter. Und je besser der Berater sie kennt, desto genauer wird er ihre Traumküche realisieren können. Das heißt, er beginnt mit einem 3D-Plan. Wir haben da so ein CAD-Programm, das nennt man Karat. Das ist so das Küchen-Standard-Programm eigentlich in der Branche. Und das rechnen die dann ganz genau aus, was die Küche kostet, schafft 3D-Vistualisierungen und mit so einem Rendering-Programm kann man dann sozusagen fotorealistische Küchenplanungen herzeigen. Aber da waren die schon bei mir und haben das schon ausgemessen? Oder macht man das dann nachher? Oder wie, dass man das zusammenfährt? Also im Idealfall ist das Ausmessteam drin und macht sozusagen ein 3D-Scannen ihrer Küche. Und wir planen dann aufgrund des Millimeter genauen Maßes die Küche nach. Jetzt habe ich meine Küche gefunden. Ich weiß, wie die ausschauen soll. In 3D habe ich sie auch schon gesehen. Ich weiß schon, was sie kosten wird. Als nächstes dann? Nachdem alle Fragen sozusagen geklärt sind, wird die Planung nochmal geprüft, dass kein Fehler passiert. Dann geht es in die Bestellung und einige Wochen später kommen dann zwei bis drei freundliche Monteure zu Ihnen und werden die Küche aufbauen. Und dann geht es los mit Kochen und Genießen. Also wie lange kann das dauern? Vom ersten Moment, wo ich dem Berater gegenüber sitze, bis ich in meiner Küche das erste Mal koche? Was ist das für ein Zeitraum realistischer? Das ist ein bisschen unterschiedlich, je nach Auftragslage der einzelnen Lieferanten. Aber man kann so rechnen zwischen sechs bis zehn Wochen. Das plant man ja für die nächsten 15 bis 20 Jahre. Ich bin auch bereit, Geld in die Hand zu nehmen und sage, es ist vielleicht ein bisschen teurer, als gerade mein Budget hergibt. Wie kann ich das finanzieren? Oder gibt es da auch Support? Sollte die Traumküche ein bisschen teurer sein, als das Budget hergibt, bieten wir attraktive Finanzierungsmöglichkeiten bis hin zur Null-Prozent-Finanzierung. Schauen wir uns ganz kurz noch an, was ist denn gerade Trend in der Küche? Welcher Stil? Das ist schwierig zu sagen, weil jeder Kunde, jede Kundin sozusagen seinen persönlichen Favorit hat. Wir bieten da, wie gesagt, von der klassischen Küche bis hin zur Landhausküche bis hin zur Designküche eine wirklich vielfältige Formensprache. In puncto Material bieten wir ebenfalls alles an, was der Markt hergibt. Das kann sein MDF, das kann Lack sein, Vollholz, Glas, Beton, Naturstein, Keramik und vieles mehr. Und wir versuchen das auf jeden Kunden bestmöglich zuzuschneidern. In Sachen Geräten, gibt es da irgendwas, was gerade State of the Art ist? Ich meine, die Bagnaki-Grill ist heute schon gefallen, aber gibt es irgendwas, was gerade sehr gefragt ist? Ja, es sind dunstabzugsfreie Kochfelder, dass man sozusagen die Geruchsbelastung aus dem Kochraum entfernt. Möglich ist alles. Aber ich möchte jetzt den XXXX Large Lutz Kühlschrank, kriege ich ihn auch. Denk übrigens genauso. Auch da haben wir ein großes Sortiment, die Seite-by-Side-Kühlschränke, die also ganz viel Stauraum für alle gewünschten Lebensmittel bieten. Ja, das wollen wir natürlich auch. Da kann man sich schon mal einen guten Eindruck über die künftige Traumküche holen. Also es gibt welche, die suchen gerade ihre Traumküche. Es gibt welche, die haben sie schon. Sie zum Beispiel. Was wird jetzt als nächstes in Ihrer Traumküche gekocht werden? Als geborener Innviertler stehe ich recht auf Innviertlerbradl und werde ein Innviertlerbradl mit Stöckelkraut und Knödel und Saft dazukochen. In Ihrer Traumküche? In meiner Traumküche. Alles Gute. Dankeschön. Das war ein Podcast übers Küchenplanen und wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, dann holt euch doch einfach einmal ein bisschen Gusto zum Beispiel auf www.xxxlutz.at Behind XXXLutz